Wie kann ich Immunität bei Kindern aufbauen? Eine der besten Möglichkeiten zur Stärkung der Immunität bei Kindern ist der Beginn des Lebens. Es ist bekannt, dass das Stillen ein starkes Immunsystem bei Babys aufbaut. Dies liegt daran, dass Muttermilch über natürliche Antikörper verfügt, die Säuglingen helfen, Immunität gegen Krankheiten und Krankheiten zu entwickeln. Eine weitere Möglichkeit, die Immunität von Kindern zu verbessern, besteht darin, für eine angemessene Ernährung zu sorgen. Unnötigen Einsatz von Antibiotika zu vermeiden, ist ebenfalls wichtig. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Babys, die gestillt werden, einen guten Start haben, um ein gesundes Immunsystem zu entwickeln. Mit der Flasche gefütterte Säuglinge verpassen bestimmte wichtige Antikörper, die die Mutter über die Muttermilch an ihr Kind weitergibt. Obwohl viele angereicherte Formeln nahe kommen, bietet Muttermilch einen eigenen Nutzen der Natur, der nicht dupliziert werden kann. Experten glauben, dass Säuglinge, die gestillt werden, eine stärkere Immunität gegen Kinderkrankheiten haben. Viele Kinder werden pingerlich, wenn sie das Stadium des Kindes erreichen. Aufgrund ihrer Heikensgewohnheiten können kleine Kinder oft auf wesentliche Nährstoffe verzichten, die sie zum Aufbau eines gesunden Immunsystems benötigen. Ein sicherer Weg zur Verbesserung und Stärkung der Immunität bei Kindern besteht darin, eine ausgewogene Ernährung bereitzustellen und die Ernährung mit speziell formulierten Vitaminen für Kinder zu ergänzen. Ergänzungen sind besonders wichtig während der Erkältungs- und Grippesaison und wenn das Kind die Schule beginnt. In letzter Zeit wurde viel über die Vorteile von Probiotika geforscht. Probiotika sind die nützlichen oder gesunden Bakterien im Magendarmtrakt. Oft, besonders in stressigen Zeiten oder bei Krankheiten, kann der Körper jedoch die für ein starkes Immunsystem benötigten gesunden Bakterien abbauen. Etwa 70% des körpereigenen Immunsystems befinden sich in der Darmauskleidung. Vor diesem Hintergrund besteht ein positiver Weg zur Stärkung der Immunität bei Kindern darin, das richtige Gleichgewicht im Darmtrakt zu erhalten und gesunde Bakterien aufzufüllen. Ein effektiver Weg, dies zu erreichen, besteht darin, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die lebende und aktive Kulturen wie Lactobacillus und Acidophilus enthalten. Wenn ein Kind täglich Joghurt isst, kann dies seine Immunität verbessern? Eine andere Möglichkeit, nützliche Bakterien aufzufüllen, besteht darin, einem Kind täglich eine probiotische Ergänzung zu geben. Experten sind sich auch einig, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, ein Kind dazu zu bringen, antibakterielle Handseife zu verwenden. Gewöhnliche Seife und Wasser werden normalerweise zum Händewaschen und zum täglichen Baden empfohlen. Antibakterielle Seifen sind unnötig und können besonders bei kleinen Kindern mehr Schaden als nützen. Einige Experten glauben, dass dies zu resistenten Bakterienstemmen führen kann, gegen die das Kind keine Immunität entwickeln kann. Eine ausgewogene Ernährung und gute Hygiene sind möglicherweise die besten Möglichkeiten, ein Kind zu schützen. Wenn chronische medizinische Probleme vorliegen, besteht eine weitere Möglichkeit, die Immunität von Kindern zu stärken, darin, eine jährliche Grippeimpfung durchzuführen. Diese Impfung soll die Influenza-Immunität stärken und kann ein Kind vor schwerwiegenden Grippekomplikationen schützen. Die Impfung soll die Influenza-Immunität stärken und die Influenza-Immunität stärken.